Warum 2024 YouTube für Unternehmen wichtiger ist als TikTok und alle anderen sozialen Plattformen zusammen? Die entscheidenden fünf Gründe erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran, denn am Ende verrate ich euch noch eine schockierende Wahrheit, die ihr nicht verpassen solltet. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Georg, dein Experte für YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. In diesem Video aus unserer Serie YouTube für Unternehmen 2024 erkläre ich euch, warum YouTube 2024 die wichtigste Plattform für Unternehmen ist und warum TikTok und andere soziale Medien nicht mithalten können. In weiteren Videos unserer Serie wird es unter anderem auch darum gehen, warum YouTube für Unternehmen wichtig ist, wie ihr YouTube für Unternehmen nutzen könnt, was die Vorteile von YouTube für dein Unternehmen sind und was YouTube für Unternehmen kostet. Weitere Themen sind eine YouTube-Strategie für B2B und B2C für Unternehmen, wie datengetriebenes YouTube-Marketing funktioniert, warum manche Kanäle stark wachsen und andere nicht und woran das liegt. Warum ist YouTube 2024 für Unternehmen wichtiger als TikTok und alle anderen sozialen Plattformen zusammen? Heute sprechen wir über fünf wesentliche Punkte. Der erste sind Reichweite und Demografie. YouTube hat über zwei Milliarden monatlich aktive Nutzer. Diese enorme Reichweite bietet Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, ihre Botschaft weltweit zu verbreiten. Laut einer Studie von Statista werden täglich über eine Milliarde Stunden an Videos auf YouTube angesehen. Dies zeigt das enorme Potenzial, das YouTube für Unternehmen bietet. Im Vergleich dazu hat TikTok zwar ein schnelles Wachstum erlebt, erreicht aber vor allem nur eine jüngere Zielgruppe und ist in mehreren wichtigen Märkten eingeschränkt. YouTube hingegen hat eine breit gefächerte Nutzerschicht, die verschiedene demografische Gruppen umfasst, was es zu einer vielseitigeren Plattform für Unternehmen macht. Der zweite Punkt sind die SEO-Vorteile durch YouTube. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und gehört zu Google. Das bedeutet, dass eure Videos nicht nur auf YouTube, sondern auch in den Google-Suchergebnissen erscheinen können. Dies erhöht die Sichtbarkeit eures Unternehmens erheblich. Durch die Verwendung von Keywords, optimierten Titeln, Beschreibungen und Tags könnt ihr sicherstellen, dass eure Videos leicht gefunden werden. Videos haben eine höhere Engagement Rate als Textinhalte, was dazu führen kann, dass eure Website durch eingebettete Videos ebenfalls im Ranking steigt. Diese SEO-Vorteile sind einzigartig und bieten einen langfristig organischen Traffic, der für das Wachstum eures Unternehmens entscheidend sein kann. Wie das genau funktioniert, erkläre ich in einem eigenen Video. Der dritte Punkt sind Monetarisierungsmöglichkeiten. YouTube bietet zahlreiche Wege zur Monetarisierung, die über die klassischen Werbeeinnahmen hinausgehen. Dazu gehören Werbeeinnahmen, Mitgliedschaften, Superchats und Superstickers, sowie Produktplatzierungen und Sponsoring. Wenn dich interessiert, was hinter den einzelnen Begriffen steht, schreibe in die Kommentare und ich mache dazu sehr gerne ein weiteres Video. Der vierte sehr wesentliche Punkt ist der langfristige Content-Wert. Im Gegensatz zu Plattformen wie TikTok, deren Inhalte oft eine kurze Lebensdauer haben, bleibt Content auf YouTube langfristig relevant. YouTube-Videos können über Jahre hinweg Views und Interaktionen sammeln. Dies ist besonders wertvoll, wenn ihr Evergreen-Content erstellt, der dauerhaft Interesse weckt. Tutorials, Ratgeber und informative Videos haben oft eine lange Lebensdauer und können kontinuierlich Traffic auf eure Website bringen. Diese Langlebigkeit macht YouTube zu einer idealen Plattform für den Aufbau einer nachhaltigen Content-Strategie. Wie so eine Content-Strategie aussehen kann, erkläre ich dann noch detailliert in einem eigenen Video. Der fünfte Punkt und vielleicht der wesentlichste sind die Möglichkeiten von datengetriebenem YouTube-Marketing. Datengetriebenes YouTube-Marketing bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Inhalte und Kampagnen präzise zu optimieren. Mit den umfangreichen Analyse-Tools von YouTube könnt ihr das Verhalten eurer Zuschauer genau nachvollziehen. Ihr könnt sehen, welche Videos am meisten angesehen werden, welche Teile des Videos am meisten Engagement erzeugen und welche demografischen Gruppen am häufigsten eure Inhalte konsumieren. Diese Daten helfen euch, eure Inhalte besser auf eure Zielgruppe abzustimmen und eure Marketing-Strategie kontinuierlich zu verbessern. Wie das genau funktioniert, erfährst du im nächsten Video. Eine professionelle YouTube-Agentur kann euch dabei unterstützen, die Daten richtig zu interpretieren und effektive Strategien zu entwickeln, um euer YouTube-Marketing auf das nächste Level zu bringen. Und jetzt zur schockierenden Nachricht. TikTok hat 200 Millionen Benutzer an einem einzigen Tag verloren, als es in Indien gesperrt wurde. Und es gibt Hinweise darauf, dass auch Amerika TikTok sperren könnte. Das zeigt, wie riskant es sein kann, sich auf eine einzige Plattform zu verlassen. Mit YouTube im Verbund mit Google seid ihr da auf der sicheren Seite. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen, warum YouTube für Unternehmen so wichtig ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keines unserer Videos verpassen möchtet, abonniert am besten gleich unseren Kanal für mehr Wissen, Tipps und Tricks rund um YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. Sieh dir gleich das nächste Video zum Thema an, wie datengetriebenes YouTube-Marketing funktioniert und welche Vorteile es für Unternehmen bringt. Bis dahin, bleibt dran und viel Erfolg! subjected concerns Sie sich.